So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Max Out Monday. Wir möchten wieder ein paar Pokémon pushen. Das sind die gepushten bis jetzt nach WP sortiert. Alles 100%ige, alle auf Level 50. Ich möchte gleich wieder ein paar da hinzufügen aus euren Vorschlägen, die ihr unter der letzten Max Out Monday Folge gemacht habt. 33 Kommentare haben wir wieder bekommen. Gucken gleich mal durch. Und diesmal habe ich sogar was ganz Besonderes gemacht. Ich habe im Fan-Chat auf Telegram eine kleine Umfrage gemacht gestern Abend. Welches Pokémon soll das Titel-Pokémon der nächsten Max Out Monday Folge werden? Kyogre, Groudon, Dioxys, Maxax, Krypto, Mewtwo. Die ganze Zeit war Dioxys vorne. Ihr habt vielleicht gesehen, dass ich in der Raid Mania die Angriffsform von Dioxys noch als 100%iges bekommen habe. Aus der Einladung von Aquana Girl. Also danke an Shenaya. Das hätte super gut gepasst für das Psycho-Event, für die Dioxys-Zeit, wo Dioxys überhaupt da war. Aber ein was kommt uns permanent unter die ganze Zeit und das ist Maxax. Das wurde nämlich auch von Baloo jetzt schon mehrmals vorgeschlagen. In den normalen Kommentaren, ich habe immer gesagt, Maxax, das ist was, das musst du mal als Titel-Pokémon nehmen. Das ist ja was ganz Besonderes. Und weil auch die Umfrage im Endeffekt jetzt 34% Maxax ergeben hat und ich euch da auch ein bisschen einbinden möchte, dass das nicht umsonst ist, werden wir das heute mit Maxax machen. Ich werde also wieder 4 Sternchen eingeben, damit sie mir alle 100% Pokémon anzeigt. Und dann finde ich sie wieder hier. Und jetzt muss ich aber Milza eingeben, weil ich habe es noch nicht mal entwickelt. Und Milza. Wir haben ein ganz besonderes Super Milza. Das ist das hier, das heißt Tobi. Da habe ich mich mega bedankt beim Tobi. Denn ohne Tobi hätte ich dieses 100% Milza nicht bekommen. Ich werde das jetzt einfach einmal durchentwickeln hier. Das habe ich mir die ganze Zeit aufgehoben. Habe gedacht, okay, mal gucken, mal gucken. Ich entwickle ja eigentlich dann immer erst, wenn du die Familie auch voll hast und so weiter. Normalerweise hätte ich auch das Höchste entwickelt und das Höchste dann hochgezogen, damit man eben auch ein bisschen spart, wenn der Level nicht 3 ist, sondern 30. Dann spart ihr ja enorm. Wir haben aber dieses genommen, egal wie der Level war, weil das ist auch schon Best Buddy. Und das ist ein Tobi. Das wird jetzt das Titel-Pokémon von diesem Mal 100% Max Sachs auf 50. Wir werden es gleich hochziehen. Die Ochses muss ich mir dann eben aufheben. Kommt irgendwann, wenn es wieder gar nicht mehr passt. Vielleicht wäre er im nächsten Drachen-Event gekommen. Da hätte der Tobi viel besser gepasst. Aber jetzt habe ich halt die Umfrage gemacht. Jetzt muss ich mich auch dran halten. Einmal pushen den Tobi auf Level 50. 100% Max Sachs mit 4062 WP. Hätte ich gar nicht gedacht, dass der so hochkommt. Auch über 4000. Machen wir wieder den Level 50 Tag dran. Ja, und da steht er nun da. Was man damit macht, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das ist trotzdem gefühlt eigentlich nur ein Pokédex-Eintrag. So richtig nützlich ist der, glaube ich, nicht. Aber sieht halt lustig aus. So, das haben wir auch geklärt. Und jetzt gehen wir mal hier in eure Kommentare, weil ich ja immer 6 Pokémon Maxen will. Schauen wir jetzt mal, 5 Vorschläge aus der Community finden noch Platz. Wenn ich ein 100% habe und wenn ich genügend XL habe, dann werde ich das Maxen. Die ersten 5 Vorschläge zählen. Das stimmt. Ist aber kein Vorschlag dabei. Trotzdem Grüße an Tiso. Olli, hallo. Mein Vorschlag für nächste Woche. Iskala bzw. Calamaneiro. Iskala, Calamaneiro. So, machen wir hier Iskala rein. Machen wir hier Entwicklung dabei. Wir haben hier Calamaneiro. Ist schon auf 50 mit 2667. War ja Iskala-Forschungstag. Da konnte man gut was bekommen. Habt ihr auch die Familie jetzt, ne? So. Henry. Meine Vorschläge sind Welsa oder Aeropteryx. Henry, Henry, Henry. Welsa, Welsa, Welsa. Welsa würde funktionieren. Ziehen wir mal hoch, auf. 2346. Okay. Kriegt auch natürlich hier den Level 50 Tag. Das heißt, Aeropteryx gucken wir uns jetzt gar nicht an. Könnte der Henry nochmal neu vorschlagen oder könnt ihr neu vorschlagen, wie auch immer. Eins haben wir. Eins haben wir. Fehlen noch vier. Genaya. Hier nochmal meine Vorschläge. Miltank, Schwalboss oder Kapilz. Miltank. Miltank. Haben wir auf 50. Kapilz. Haben wir nicht auf 50. Also. Ja. Kapilz. Kapilz. Wir nehmen einfach Kapilz jetzt. Schwalboss war glaube ich dazwischen. Haben wir kurz ausgelassen. Kann sich ja nochmal vorschlagen beim nächsten Mal. Kapilz. Auf jeden Fall auch ein guter Pflanzenangreifer. Vor allem mit Strauchler oder auch ein gutes Kampf-Pokémon. Hätte man vielleicht gar nicht gedacht. Doch. Auch der ist eigentlich ganz gut als Kampf-Pokémon. Wenn ihr jetzt nichts anderes habt, könnt ihr den natürlich auch nehmen. Wir machen ja auch den Level 50 Tag dran. 2.971. Gab es ja damals auch irgendwie ein besonderes Event oder so. Wo man dann. Knilz zu Kapilz entwickeln konnte. Damit es dann die Attacke Strauchler erlernt. Und alle Leute sind los. Und haben sich gleich 10 Millionen Kapilz gemacht. Das war das zweite. Wir haben noch drei übrig. Jochen Strehl sagt. Radikal, Ibitak und Raichu Nidoquin. Radikal. Ibitak. So mal gucken. Radikal. Radikal haben wir hier. Und Radikal haben wir da. Würden beide gehen. Wir nehmen einfach den ersten. Wir nehmen einfach Radikal. Ganz normal. In der Kando-Edition. Mit 1956 kriegt ihr auch den Level 50 Tag dran. Das sind die einfachen Dinge, auf die man sonst gar nicht kommt. Warum nicht erstmal Generation 1 fertig machen. Pokémon, die gefühlt immer überall auftauchen. Ein stinknormales Radikal. So. Das war das dritte. Fehlen noch zwei. Den Rest kann der Jochen gerne wieder vorschlagen. Kami. Meine Vorschläge wären Frigometri, Panzer Aeron oder Alabis. Wenn es klappt, kannst du es Kami nennen. Frigometri. Da bin ich mal gespannt. Das ist ja auch ein sehr seltenes Pokémon. Aber ist schon auf 50. Panzer Aeron Alabis. Gucken wir mal da nochmal rein. Panzer. Panzer Aeron. Fehlen die XL. Geht also nicht. Alabis. Alabis ist einfach nur. Alabis. Sagannabis. Alabis. Boah, da fehlen auch natürlich die XL Bonbons. Aber wenigstens ist die Familie voll mit Perlu, Sagannabis und Alabis. Ja. Jetzt nochmal so ein Perlu Forschungstag. Wäre da richtig gut gewesen. Gab es ja damals. Gab es aber noch keine XL. So. Theoretisch hat es nicht geklappt. Kami. Frigometri Kami. Ach komm. Ich hau das trotzdem mal rein. Man nennt es Kami. So. Hat keinen Bezug. Aber passt schon. Das kleine Kami. Guckt es euch an. Was haben wir noch? Immer noch zwei. Sarina. Bis eben kann dich jemanden, der einen 100er hat. Jetzt sind es zwei Leute. Baloo. Milza. Kapilz. Megalon. Somniam. Milza. Kapilz. Ist ja schon weg. Megalon. So. Haben wir einmal hier. Können wir auch machen. Nehmen wir das Megalon. Das heißt, Somniam könnte nochmal vorgeschlagen werden. Kommt hier auf 3.112. Kriegt auch den Level 50 Tag. Einmal so. Und eins. Das ist Baloo. Baloo hat theoretisch zwei gehabt. Baloo hat jetzt sein Megalon bekommen. Und Baloo hat sein Milza bekommen. Das heißt, wir hätten Milza auch einfach in der Folge maxen können. Und doch die Oxys machen. Jetzt ist es zu spät. Ähm. Nick. Schluck weg. Schluckt jeden weg. Meine Vorschläge diese Woche sind. Toheido. Zerpeise. Oder Luxtra. Toheido. Toheido. Wird nicht passen, oder? Ne. Zerpeise. Luxtra. Zerpeise. Passt auch nicht. Luxtra. Dürfte eigentlich schon auf 50 sein. Luxtra ist... Hä? Ist auch nicht auf 50. Wer hat denn da wieder geschlampt? Da habe ich mir wahrscheinlich aufgehoben. Okay. Dann nehmen wir natürlich Luxtra auf 50 mit 3.265 mit. Machen wir auch den Level 50 Tag dran. Habe ich zum C-Day gedacht. Okay. Sammelst du XL, aber maxst es nicht. Während des Videos. Während des Streams. Maxst es dann bei Maxout Monday vielleicht. Danach. Habe es wieder vergessen. Wie auch Kyoko, Grouda und alles andere. Und dann sind das eigentlich schon alle. Ich könnte jetzt immer noch Dioxys maxen, aber... Ich weiß nicht. Ich hebe mir das mal auf. Ich hebe mir das mal auf. Das mache ich mal, wenn es passt, als Titel Pokémon rein. So. Hat sich was geändert an den normalen, die wir jetzt hier haben? Wahrscheinlich nicht. Hier sieht alles noch aus wie immer. Es ist nichts hochgekommen. Einzig alleine, dass Maxaxx hat sich dann hier unten irgendwo eingereiht. Bei ca. 4000. Runder, 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 runder. Hier Tobi zwischen Seraph und Wenzel ist jetzt einfach Tobi. Das ist es. 100% Maxaxx auf Level 50. Das sind alle Pokémon von heute. Grüße raus auch an den Rest, der hier dabei war. Der es jetzt aber nicht geschafft hat. Bitte nochmal Vorschläge machen für das nächste Mal. Guck mal, Schenaya hat sogar hier ausprobiert, dass man diese Sanks jetzt machen kann. Hatte da 5 Euro reingeknüppelt. Ich werde jetzt den Rest nicht vorlesen. Das habe ich beim letzten Mal gemacht. Da wird das Video zu lang. Ich hoffe nämlich drauf. Ihr kommentiert einfach wieder dieses Video. Macht Vorschläge für nächste Woche. Und wenn ich ein Hunderter habe und genügend XL, dann werde ich das maxen. Es ist noch vieles offen jetzt. Wenn ihr nicht dran wart, könnt ihr die gleichen nochmal machen. Wenn ihr dran wart, sucht euch andere aus. Oder nennt mal eure Lieblings-Pogbon. Vielleicht habe ich die auch noch nicht gemaxed. Und vielleicht würdet ihr euch dann noch mehr freuen. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir warten alle gespannt auf die News, was jetzt nun morgen in die Raids kommt. Dann wird es auf jeden Fall eine heftige Woche. Kann ich ja nochmal kurz sagen. Mein Ziel ist es nämlich, am Dienstag Community Raid zu machen. Gleich ab 11 das erste, was aufgeht in den Community Raid mit Video. Und abends als Raids für Zuschauer anzubieten mit euch. Am Mittwoch von diesem Pokémon die Raid Mania zu machen. Am Donnerstag dann das zweite als Community Raid. Was eben am ersten Tag nicht war. Was als zweites aufgegangen ist. Irgendwie als Video hochzuladen. Und abends damit Raids für Zuschauer zu machen. Und die Woche drauf in der Raid Mania das dann anzunehmen. Denn am Wochenende bin ich nicht da. Deshalb packen wir die ganze Woche voll. Freitag gibt es auch wieder einen neuen Mega Raid Boss. Und ein neues Event. Da wird es auch wieder ein Community Raid geben. Und abends Raids für Zuschauer mit dem neuen Mega Raid. Die Woche wird also vollgepackt. Immer ein Community Raid. Und einmal Raids für Zuschauer am selben Tag. Dass ich das im Video zeige. Wir über die Konda reden. Uns das mal angucken. Und abends zusammen das Raiden. Und das mit dem neuen Fünfer. Dem zweiten neuen Fünfer. Und dem neuen Mega Raid Boss diese Woche. Da freue ich mich schon besonders drauf. Egal was es ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.